Die Damen stehen schon drehen, da wollen wir uns natürlich nicht gleich stehen lassen. Gleich hören wir wieder auf den Startschuss für den nächsten Lauf. Dann auf der reich, in Alt-Pittestadion, und unterdienst der Arlauf der Frauen übereintauert. Gucken wir mal, was leider für diesen Lauf hat es in sich. Mit dabei ist unter anderem die bereits für die EM-notivierte Marathon-Hörerin Dominika Mayer von der Gastgebung der LGT dieses Netz Regensburg, auch Hersten Hirscher ist mit dabei, auch die Stadt der LGT dieses Netz Regensburg mit vergangenen Jahren als Erste beides deutschen Meisterschaften, die jede Menge Jürgenathen hier auf der Laufbahn schon für Verrohung gesorgt hat. Mit dabei ist mit dabei ein spaltes, schnelles 1.500 Meter lang der Frauen. Wir haben uns die Möglichkeit, die 1.500 Meter Frauen, wir freuen uns, auch in der Hand zu werden, Und dann auch vorweg, unverkennbar applausend hier, das ist Dominika Neuer von der Händigkeit des Prinz Regelsburg, die hier die Führungsarbeit übernimmt. Auf der ersten Runde, direkt hier ist der liebe Kerstin Hirschler, auch Sie läuft hier in der Händigkeit des Prinz Regelsburg, war klar, da ist die dritte Läuferin, ich wurde hier in der Händigkeit des Prinz Regelsburg und er hat jetzt schon herzliche Position gekämpft Zwischen und Erfolgerinnen, diese fächste Ausgangslage, die sich hier noch wirklich schnell trennen, auch mal in der Hohenkasse gesetzt ist das ganze Jahr, und da haben wir hier in der Händigkeit gerade Julia Rath gesehen, war auf der letzten Quälfte, das ist die dritte der letztjährigen deutschen Aktenmeisterschaften für diese Strecke, und diese Julia Rath, die hat auch in diesem Jahr schon 24 Jahre noch, die mit 3000 Meter Händigkeit geknackt, also, die besten Läuferinnen und Oberleute sind hier mit dabei, beim ersten Tag der Sparkassengang 2022 und so auch, bei den 1.000 Kilometer der Kau. An der Spitze, unter dem Bild, war es die Julia Rath, vorne, gefolgt bei der Strecke, vom Ministerin Rana, das ist die Wetter Rath, der Kau. Und Sie gehört zu einem der letzten Läuferinnen, der jetzt ist nach Verlattes, und das gewinnt der Fingere Händigkeit von Dominika Meier, und die langen Schritte in das Weltanlässt weiter abgöre, und Bayern in der Händigkeit. Wir sind zugesagt, aber wir sehen es ja normalen, eigentlich, den Tanz zu kriegen. Wir sind gerade hoch, die 800 Meter Durchgangszeit. 1, 2, 1, 20, 1, 20, 1, 90, also ordentliches Tettel. Hier im Avalon, an Augenweiter 1500 Meter. Macht nichts, auch mehr. Und haben wir noch einen spannenden Aufgesiegerzeit. Wir sind alle zuständig, die Leute haben Regensburg. Für die Spritzer hatten wir die optimalen Drehungen. Die Leute, die Leute müssen jetzt sein, durch die Regeln. Und jetzt ist der Topfball mit dem Ausdruck für den Ex-Kamera. Und ihr mit der Merkomme, große Photo KIM, das hat offenbar. Und das ist die nächste Form der widenen mit der Gernanne, nicht PlayStation 3,gli Please. Wie glaube ich halt. Für dieseika vielleicht auch so groß wie Und jetzt ist es, ab dem auch immer auf Brasilien der Vereinigte, hier die besten Meter mitzuziehen, noch mal alles zu nehmen, um ihn zu beleuchten, die ganze Zeit ist weiter, über unsere 500 Meter. Und Regensburg, lasst uns zusammen, die Leute begrüßen, wir freuen uns, unser Land hat sich auf die Mieter-Nastor, auf Schöpfchen. Die Mieter-Nastor, 10, 4, 22, 68! Jürgen Rats, Frau Kerstin, Körnig, Jürgen Ritzel, drei Kanzler-Folzien gereicht, für eine Zeit, oder vier halben Minuten. Aber wer hat sich noch gebrochen, Leute? Ich bin der Anführer, auf Schöpfchen, für die 4, 22, 30. Ich bin der Anführer, auf Schöpfchen.